So, ja, ich bin soweit. Okay. Viel Glück, Männer. Viel Glück, Männer. Ja, viel Glück. Äh, war noch im Warm-up. Äh. War Licht an. Hab ich. Nein, dann nie. Ich hab Schadenwischer. Boah, Arschlöcher. Ja, sicher. Gibt es am Dany besser? Ja. Äh. Ich bin nicht mehr am Dany. Wo bist du denn? Ja, die haben mich rausgeschubst. Und ich hab ne 5-Sekunden-Strafe bekommen. Das ist wirklich, ne? Das nervt. Äh, ich bin Sechster. Schau mal, einfach alle an die Leger halten, die in der Versiegelung sind. Ja, die Stärken. Ja, wo das da echt doof ist. Der hat dann ja in die Mangel genommen. Links und rechts hatte der einen. Mhm. Muss ich mal ein bisschen Schutz nehmen. Ähm. Boah, ey. Ochse! Ich hab Angst hier im Mittelfeld. Was ist das? Ah, Dany! Bremst eher. Ich wurde da mal von den Grünen wieder geschubst. Ja! Ja! Ich hab auch das. Und ich hab das lassen. Ja! Ich hab das. Ja! Ich hab das nicht. Ich hab das nicht gemacht. Ja! Boah, muss ich kämpfen hier. Du hast mich jetzt fünfmal berührt. Hast du da keine Straße für? Ich bin da einfach schneller. Hast du vorbei, ja? Ja. Also das war jetzt ein faires Tackling, oder nicht? Ach, du bist ja direkt neben mir. Ja, klar. Fair insofern, als... ...dass du mich davor ja schon ein paar Mal angetrickt hattest. Jetzt kommt er den nächsten raus, ey. Unfassbar. Hey, ich hab den nicht rausgehauen. Nein, ich springe auch weg. Ja, ich komm in die Hübschen voll in den Dreckel. Das ist die Darkierung. Ja, das ist die Darkierung. Ja. Ja, die sogenannte Ghost-Markierung. Huh, wah! Weg von der Drecke. Der Drecke. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. So, hab ich die doch fair vorbeigelassen, oder? Ja. Oh, scheiße. So, fall das mal ab. Dann krieg ich jetzt 10 Sekunden. Ich hab gar nichts gemacht. Jetzt. Berührt hast du auf jeden Fall nicht. Das ist ja echt gut. Nein, du machst doch nie was. Nein, mach ich auch nicht. Wer sagt das denn? Ja, hier, der Race Director. Ja, den hatte ich gekriegt. Jetzt ist die Blitzsauberes Überholmanöver. Manöver. Manöver? Oder Manöver? Überholmanöver. Ja, das passt. Vor allem, wenn ein Fußballer sagt, ich hab nix gemacht, dann sehe ich mal die Geschichte diskutiert und mach mich auch kaputt. Das kann jeder sieht. Diese Vorverurteilung, die finde ich nicht okay. Vorverurteilung. Ja, die dürfen überall herfahren. Überall. Ja, ich glaub, die KI kriegt wirklich keine Zeitstrafen. Ha, trotzdem. Schöner Fight. Alles funktionelle. Ich wollte gerade, dass das Ding weggelegt. Mach mal, ich hab dich noch in Sichtweite. Auch ganz eng zusammenkneifen, sehe ich Markus auch. Ach, nee. Ja, schade, wäre ich die erste Runde nicht so offen. Aufgehalten worden. Dann wäre ich auf jeden Fall an dem vierten da dran. An dem dritten. Das war ein spannendes Ding, das müsst ihr euch gleich mal angucken. Nee. Das war echt fischendige Lackierung. Ich sehe aus wie ne Fischdose. Jawohl, in den letzten beiden Kurven noch zwei überholt. Sauber. Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Schöne Strecke. Ja, die ist echt geil. Ja, die ist echt geil. Ja, die ist echt geil. Ich sehe das. Ja, die ist echt geil. Das ist geil. Vielen Dank.